Hi, ich wollte euch jetzt mal ein schönes Feuerzeug vorstellen. Es ist aus recyceltem Plastik hergestellt. Hat hier ein Indianer drauf mit einer Friedenspfeife. Und das gibt es in verschiedenen Farben zu kaufen. Praktisch für Edicina, wenn man verschiedene Farben bei sich trägt. Ja, und das Besondere ist bei diesem, dass man den nachladen kann. Mit Gas. Aber noch das Besondere ist, dass man hier den Feuerstahl einfach entfernen kann. Und ihn nachkaufen kann und reintun kann. Wollte ich euch mal kurz präsentieren. Dieses Feuerzeug kostet bei mir hier in der Gegend 2 Euro. Und es lohnt sich total. Schöne Flamme. Wollte ich euch mal kurz präsentiert haben. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst. Ciao, ciao.